Hey, was geht's, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush for the Vicky T9, zurück, endlich wieder zurück bei Let's Play Spark the Electric Chester 3. Ach, pff, nachdem ich ja aus privaten Gründen bislang nichts aufnehmen konnte und vor allem, weil ich dazwischen auch noch Durchfallerkrankungen erleiden musste, war es langer Zeit nicht wirklich aufzunehmen, aber jetzt endlich darf sie da weitergehen mit Area 5, Historia, Nighttime Phenomena. Okay, Wortspiel, das ist Jahrhunderts. Dann mal los, wieder ein größerer Level. So, ja, war, hat sich gelohnt, zurückzugucken. Ach, jetzt sollte er den Scouter wieder anmachen, damit ich auch die anderen Münzen alle kriegen kann. Ah. So, jetzt noch mal. Und so, jetzt noch mal die Steuerung into some, oh, Grinding Action wieder. Oh, das. Hm. Bitte. Moment. Oh, Plattformen, die verschwinden? So sieht's aus. Okay, mit B-Knopf macht man noch mal die Palming Attack hier. Muss ja leider Gottes alles hinter einen Extra-Knopf gelegt werden, statt auf den Sprungknopf. Oh, das ist ein interessanter Ort hier. Gut, da. Ah, wir schießen auf einen. Uiuiui. Oh, in den Tunnel möchte ich gerne rein. Ja, das ist eigentlich kein Tunnel, aber... Ja. Oh, nein! Uff. Jetzt kann ich nicht mitgerechnet, dass diese verdammten Plattform hier... ...verschwinden wieder. Puh, oh, shit. Das war auch sauknapp. Ist gerade noch mal die Plattform wieder erschienen. Ich muss das Timing besser... ...ah, hinbekommen. Was das betrifft, wo ist der Gegner hin? Er ist verschwunden. Oh, shit, ey. Alter, so viele Stimmen, wo man runterfallen kann. Das ist Wahnsinns. Moment. Oh, da ist... Oh, Gott. Oh, shit. Wie schnell muss man denn da sein? So, jetzt war... Oh, Mann. Okay, ich bin oben. Oh, da gab's dafür eine weitere Münze. Hm. Zack, zack. So, hier noch ein paar extra Bulls. Oh, hier noch für den Shop, um einige Sachen hier zu kaufen. Hier komme ich nicht hoch. Ah! Warum damit ich ja auch nicht? Hm? Ich stelle das mal für gar nichts hier. Au! Nice one. Ah, ich habe hier schon die erste Münze verpasst. Das sollte ich schlagen. Ja, dann öffnet das hier das Tor. Alles klar. Ja. Was soll's. Hm. Hilfe! Hilfe! Ah, schon wieder. Ich... Gerade jetzt, wenn ich keine Zeit für sowas habe. Hilfe! Entschuldige. Okay, es darf weitergehen. So. Oh. Ich hoffe, ich dieses Mal keine weiteren ESA-Anfälle oder sonstigen Anfälle hier. So. Vielleicht gehen wir lieber oben lang. Oben ist meist immer besser. Zack, zack. Äh! Oh nein, nicht schon wieder so ein... Dem ich ja... Stachelgegner, auf dem man keinen Homing-Attacker entsetzen sollte. Aber... Wie kann man die auch so schnell erkennen hier, ne? Oh, Moment, da ist unten eine Münze. Oh nein, das ist so ein Gegner wieder. Wollen wir es auch wieder wissen. Oh. Gibt's auch ein paar kleine Extras hier. Ah, diese blöden, starre Gegner, die nerven einfach nur. So, jetzt auch. Ah. Und dann kommt es einer, der... mit, äh... Ram-Attacken angreift. Das ist also, dass auch Homing-Attacks hier fast... unmöglich scheinen. Hm. Da ist irgendwo eine Münze hier an der Stelle. Die werde ich auch noch finden. Warte, Mann. Komm, ist da noch hoch hier, warte. Sind wir da oben? Aber was hat das jetzt gebracht? Hm. Ach, bleiben wir mal da oben. Ich glaube, die dunkelblauen sind eher Münzen. Uff. Ah. Ich bin mit diesem Luftdä... Na, Gott sei Dank für diesen Luftdäscher hier. Der geht echt gut ab. Da oben. Okay. Das ist einfach nur speeden. Und erwischt. Ja, und schon wieder mal übersehen. Ach, was soll's. So, hier gibt's weitere Punkte. Für den Punktemultiplikator. Speed! Hm. Kann man's auch wieder entscheiden, wo wir hinwollen. Gehen wir mal... nach, äh... links hier. Schmacklos. Unten gibt's nichts. Äh, was? Äh, zu? Ah, hier ist noch. Hier geht's weiter. Was zum... Hey! Oh. Es wird wieder zurück. Okay. Dann passt das schon. Oh! Laserpfeile. Jetzt gar nicht mehr. Oh. 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 Oh, nein! Shit! Ah! Ich hab' drüber wechseln müssen. Da! Äh, komm! So, jetzt war... Muss auch hinziehen mit dem Analogstick. Erst dann funktioniert das. So, komm schon. Müssen wir Speed aufbauen. So, wo sind wir jetzt hier? Können da rein? Das ist eine große Halle hier. So, hier haben wir den ganzen Bolts. Achso, äh, nein, Bolts ist hinter Volt, ne? Ob so heißt die Währung. Oh. Alter. Hm. War auf den Scouter, kann ich bis dahin keine... ...Vatrinnen zu erkennen. Alter! Die sind Schockquellen auch noch aus. Solche Gegner sind das, hm? War das einer, der sich selbst zerstört hat? So sieht so aus. Der hat sich selbst... ...zerfetzt hier. So. Und! Yeah! Oh, 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 oh! Ex-Mill auf die... Oh, nein, das war ein Fehler. Oh, 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 oh! Holy shit! Uh! Ah! Ich liebe einfach das Spiel, ihr merkt es. Ich hab ja meinen Spaß. So. Abwärts! Sonst wollen wir auch nicht, äh, zu stark, äh... ...dass wir nicht zu weit abstürzen. Weil wir können hier ein Falsch anerleiden. Moment. Ist das hier ein Dino-Museum? Ein... ...so. Prähistorisches Museum, besser gesagt. So. Hier muss irgendwo was Blaues sein. Also, ist das eine Münze, ne? Ich kann bislang nichts erkennen. Nicht mal ein Lichtstrahl. Ich geh mal mal hoch und dann zieh mal... ...ab wir hier irgendwas finden können. Ja, tatsächlich, da ist was. Da ist eine Münze. Also ein Meda... ...äh, Medaillon. Äh! Pfff! Ist echt schwierig hier zu steuern. Wenn man einmal... ...ungerade steuert dann... ...ja, gute Nacht. Kann man sich nicht halten. Das ist auch viel zu eng hier. Diese, ähm... ...weg. Diese Plattform, der man sich bewegen kann. Kann man sich zerstören? Ja, man kann diese... ...laser, ähm... ...säulen zerstören hier. Oh, what? Die ist aber sehr einfach zu finden. Oh, den kann ich... ...nicht mit der Human Attack angreifen. Das muss doch was bewirken hier... ...wenn ich das zerstöre, ne? Was tut doch irgendwas... ...au, aufmachen. So, der Punktimultiplikator geht wieder ab. Explodiert wieder förmlich. So, wir müssen dann bald da sein. Oh, oh! Oh nein, diesmal nicht. Ich seh schon, dass du im Platzstacheln... ...zu viel hast für mich. Ah! Und das ist irgendwie von den Rammen. What the? So, weg mit euch. Wow! Woo! Nice one. So, hier spalten sich wieder die Wege. Aber, und das gibt so viel Wiederspielwert... ...bei solchen Leveln. Oh! Na, komm! Leg Tempo an. Oh, was? Die Tür kann man aufbrechen? Achso. Anscheinend nur die, weil die andere... ...kont ich nicht aufmachen. Das ist wirklich so eine Art... ...prähistorisches Museum sein. Allerdings seh ich hier keine Ausstellungsstücke. Nur hier diese... Ach, das ist dann auch nur ein Werbeplakat für... ...ein prähistorisches Museum. Das hat jetzt geöffnet. Vielleicht wird das dann die nächste Etappe. Wer weiß. Wenn da schon so viel geworben wird dafür... ...er sei denn, es ist nur Dekoration... ...für den Hintergrund. Kann auch sein. Das weiß man natürlich nicht. Du, aber lass mich nicht abfreundchen. Oh, das ist höchste Sicherheit hier. Da wird bestimmt was krasses bewacht. Dahinter. Okay. So weit, so gut. Oh. Hm. Was ist hinter mir, ne Münze? Aber wo? Du musst dir da ganz nah jetzt sein. Ich seh nichts. Oh. Nein, nein. Da ballert er mich ab. Verdammt. Oh, hier ist sie. Scheiße. Da muss der Spacko mich abballern. Warum sag ich mal Münze? Das ist ein Medaillon. Merkt ihr mal Medaillon? Verdammt. Ah. Ich muss hier ganz runter? Hell. Oh. Schon wieder so ein Rambock. den Homing Attack nicht angreifen kann, wenn er seine Rammphase hat. So. Drunter oder drüber? Da. Drunter. Oh nein. Oh shit. So, jetzt. Und jetzt. Ja, Baby. Okay. Oh. Komm. Mach ihn fertig. Oh shit. So. Aufwärts, bitte. Und wieder abwärts. Wuhu. Gehen wir nach hinten. Ich ziehe jetzt nicht mehr hin. Weiter ferner sein. Wow. Was zum... Das für ein Laserfuzi. Der snappert mich einfach hier weg. Ich nochmal. So einfach, da mach ich's denen nicht. So. Wieder Speerfuzis. Ah, sehr schön. Heilung. Immer nur her damit. Oh, wuck. Und diese Schock-Fan-Gegner. Hm. Immer wieder links. Oh, scheiß doch. Die waren da an. Ah. Ich teue ernst. Jetzt fahren wir wieder da. an. Oh, nein, nein. Nicht schon wieder. Ah. Hm. Sollen wir das vielleicht auch noch rein? So. Ah. Nein. Nicht nochmal. Nein, nicht nochmal, hab ich gesagt. Gott. Das ist echt schwierig, darauf zu steuern. Wie komm ich jetzt mal weiter hier? So. Jetzt aber. Pass ich besser auf. Okay. Ja, jetzt aber. Geh mal ab hier. Gleich zwei von denen. Dann lief er, können die getrost knicke. Hm. 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 Ja. Lass mich nur noch oben. Wie weit die Station ist. Ich denke mal, wir haben... Wir müssen eigentlich schon so ziemlich das Ende erreicht haben, oder nicht? Oder kurz davor stehen. Oh, Junge. Wie lang welche Levels sind? Boah. Boah, diese Typen hier sind fast schon die schlimmsten kleinen Gegner. Deinem ist mal... Oh. Oh. Die hätte ich beide nur übersehen. Sehr schön. Oh. Oh. Da kann man wieder ordentlich im Shop kaufen. möglicherweise sogar schon den Laden leer räumen. Alle restlichen Gegenstände einzackten. Hm, meinetwegen, den gehe ich jetzt nicht nochmal zurück. Lassen wir das. Gehen wir jetzt weiter. Und ich würde sagen, wir gehen da wieder... Oh, Blankmo! Ja, ganz da hoch. Und da ist das Ziel. Wir sind da. Oh, wir können es überspringen, what? Wir noch gucken, was da ist. Können wir da auch noch rein? Nö, die Tür ist fest verschlossen. Das Ziel von der anderen Seite. Auch mal eine nette Abwechslung. Oh, nice. Nur sieben? Ich dachte, ich hätte mindestens acht. Ja, was soll's. Okay, wieder jede Menge Missionen. Oh, da ist der Boss. Und hier noch... Ja, Missionen. Mini-Stages. Gut, dann. Gehen wir mal zum Shop und gucken, ob wir da auch noch was Feines kriegen. Hm. Ach ja, hier ist Speed Buff. Haben wir noch gar nicht gekauft. Und Snap Portal. Das ist doch was. Upgrades haben wir alle, oder? Ja. Chester Powers. Float. Ja, wir haben alles gekauft, ne? Ja, wir haben alles gekauft, ne? Also, ich finde... Das wird kein weiteres Upgrade mehr. Das wird uns noch besorgen können. Ah, das wurde gekauft. Wir haben den Shop leergeräumt. Nice. Naja, aber es kommt dann bestimmt noch was dazu. Gut. Dann machen wir mal noch hier so ein, äh... Stage. Oh, nein. Da ist schon wieder. Aber gut, mit den Scouter geht's umso einfacher. Oh, das ist aber wieder was Größeres. Ne, dann machen wir das zuerst. Bevor der Part noch zu lang wird. Dropship Daybreak. So, da ist schon der erste. Äh. Na, aktiviert doch bitte. Dadurch ist es einfacher, sie zu finden. Zunächst wieder, soviel an der Stelle 15 müssen wir finden. Äh. Äh. Nop. Satz mit X war wohl nix. Okay, da drüben ist noch eine. Das sind noch welche. Äh. So. Mal. Rüber da. Zack. So. Da unten. Vielleicht zwei an einer Stelle. So gefällt mir das. So. Ein Drittel haben wir bereits. Okay, wir haben noch knapp vier Minuten. Das kriegen wir hin, hoffentlich. So, die nächsten sind hier irgendwo an der Stelle. Ah, da drinnen. Wo komme ich denn da rein? Wo komme ich denn da rein? Ah. Am besten frage ich mal den Pfad hier. Hier ist noch irgendwo eine. Da. So weit, so weit, so weit, so gut. So weit, so gut. So weit, so gut. So nicht nachlassen. Geht's auch noch hoch? Eher nicht. Oh, shit. Oh, shit. Okay, aber wie komme ich denn? Ach, da ist noch eine. Gut, 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 gut. Jetzt muss ich zu den anderen irgendwie hingelangen. Da hoch. Ja, da muss ich hier rein. So, jetzt aber. Dann mal den nächsten. Da. Gehen wir mal hier lang. Da hat in ungefähr der Richtung müssen die meisten sein, hä? Okay, hier zumindest ein. Einer. Jetzt noch sechs weitere. Oh, man. Wo gibt's denn jetzt noch hier die? Oh, hier. Auf dem Wege. Ich noch. Schönen Haufen bekommen. So, hier ist noch irgendwo. Jawohl. So, nur noch drei. Wir kriegen das hin. Hoffentlich. So, da beinen wir uns hier. Weiter, 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 weiter. Da oben ist eine. Ich glaube, da komme ich nur von da unten hin. Ja. Oh, shit, nur noch über eine Minute. Nein, diese Starre ging da schon wieder. Der nervt. So, noch zwei. Die restlichen beiden hier. Und wie komme ich da hin? Shit, shit, shit. Ich hoffe, mich jetzt nicht zu sehr stressen. Da. Da muss es sein. Jawohl. Und jetzt noch einer. Come on. Man geht auch down. So. Wo ist der letzte? Also die letzte. Da müssen es noch eine irgendwo sein. Ach, da oben. Come on. Äh, nö. Was? Wo komme ich denn noch eine? Ran. Hä? Scheiße. Oh, nee. Verkacke ich das schon wieder, oder was? Das Video hätte so die perfekte Länge erreicht. Ich sehe keinen anderen Weg hier. Wie komme ich denn nach oben? Ach, das darf nicht wahr sein. Oh, Moment. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Come on. Schnell. Nein. Ach, komm, leck mich am Arsch. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Okay. Ah. Diesmal haben wir es geschafft. Puh. Toll. Das macht das Video wieder länger, als ich es eigentlich haben wollte Ich werde noch nicht mal einen Bonus bekommen Weil ich habe das schnell abgeschlossen, wie es nur ging Naja, müsste ich noch schneller schaffen Oh, da kommt die Ja Okay Zum Ziel kommen, bevor die Zeit abläuft Ab dem nächsten Part Und wer immer gilt, wenn es dir gefallen Wo es dir trotz der Face ist Sie bestimmen ihn seines Thumbs up und Kommentar nicht vergessen Dann ist es ja beim nächsten Mal Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei Also seid gespannt und klickt wieder rein Euer Crush für der WGT rein Bis zum nächsten Part von Let's Play Spark the Electric Chester 3 Also auf Wiedersehen Tschüss ihr Leutchen